Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Kaiserslautern, 3. Liga 2018-2019, vor 30 Spieltag. SV Wienwiesbaden gegen Kaiserslautern, Ergebnis 2 zu 0. Startelf von SV in Wiesbaden. Schäfler, Startelf von Kaiserslautern, Lena Grille, Kevin Kraus, Daniel, Arnold, Großerwald, Himmlein, Schägeniker, Alpeg, Sternberg, Biada, Kmitile, Christian Kulveter, Startelf. Das war's von SV Wienwiesbaden gegen Kaiserslautern, 22.58 Uhr.